guck mal wie es aussieht jonas bitte danke ich darf jetzt wieder boot fahren die landmasse ist vorbei was meinst du hier so das dachfenster von weitem weg das ist ganz zu groß ich weiß nicht das klotzt halt so hinter dem vordach raus wenn ich es kleiner mache dann ist es quadratisch dann sieht es scheiße aus ja so wird es endlich wüschten ein nicht nicht mehr macht es auch so ein bisschen abgebundet wies doch wie bist du es machen wenn er nicht alles klar könnte es doch nicht abgebildet ist so viel wie das zum Fall ich glaube es nennt aber kein dschungel warte was ich machen könnt ist oh gott jetzt pass mal auf aber das sieht wahrscheinlich mega scheiße aus so oh gott sieht es soll ich das mal durchgehend machen ne jonas ist kann man nicht machen nicht ich probiere es gerade warte scheiße meine angst ist kaputt ich bin schon fast fertig mit dem Bau ich bin schon fast fertig mit dem Bau scheiße jetzt mal kein bisschen dschungel das ist doch gut dass es selten wird und schon wieder Birke und Eiche schön ja finde ich habe ich schon lange ne mexer schon lange habe ich das die konstellation nicht mehr gesehen scheiße scheiße jetzt jonas jetzt mal deine variante ok falls du nochmal herkommst bin da sieh es sieht doch scheiße aus äh ja da war doch das andere besser oder äh ja ja ok mein finger tut schon weh wegen dauernd weh drücken welcher finger denn mein mittelfinger was dein mittelfinger ja ja ich drück mit meinem mittelfinger weh ok wer drückt mit seinem mittelfinger weh was ich dein mittelfinger ich brauche zum bauern brauche ich nur weh das hat meist mit dem zeigefinger also ich brauche nur weh beim bauern aber sonst beim spriten nämlich nämlich auch mittelmehr ok stimmt scheiße fehl egal also falls jemand wissen will wo ich bin ich bin jetzt bei 6000 und minus 1790 ach du scheiße und ein geräusch von jonas und schon wieder eiche und birken die wollen mich doch verscheißen macht spaß nein jetzt habe ich das glas daneben aber wir haben ja hier unser schönes plug-in jawohl da ist kürbis und jetzt freut er sich nicht mehr über kürbis als jonas sitzt habe ich es wieder so gebaut aber naja ja das ist ja ganz schlau hier das ist ja ganz schlau hier wird ehrlich jetzt nein präsentiert nein 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 ich habe jetzt kein bock mehr ich suche jetzt nicht mehr weiter ich will mich jetzt irgendwie macht es nein 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 ich bin nur im inventar ich habe jetzt einfach keinen bock mehr das weiter zu suchen ja ist in Ordnung lol ach so ja schnellste methode hier wieviel schnee ey nicht lang ey trissi das kommt ja noch dazu lass es jetzt bloß weil du jetzt die pripisch hat jetzt mich da schon wieder runtergefallen bei irgendeinem heck oh oh ich sterb mir ist ja klar dagegen vom dach hier runter ins wasser mach das nach juli ich würde sagen du baust mir jetzt mal ein boot und dann laufe ich in die andere richtung und guck nach warum soll ich den bock und bockst du selber ein boot boah mach mal aufnahme pause mach mal aufnahme pause ja mach mal ich bin aber noch nicht für dich ja ist egal mach einfach jonas bring mir mal eine schaufel jonas bring mir mal eine schaufel du hast jetzt alle schaufeln mit rüber gebracht hier ja dann werden wir uns hier wahrscheinlich dann das nächste mal sehen lass es jetzt lass es jetzt ich sterbe ich auch hoch hoch also die spacken da die wollen ja eine aufnahme pause er wo hast du schaufeln ich bin Werkzeuge Werkzeuge haben wir nur noch so wenig schaufeln also die spänen wollen ja eine aufnahme pause okay Klenk tut Klenkut bei Herzen okay und deshalb würde ich sagen sehen uns dann genau hier das nächste mal wieder und halt halt warte 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 kurz warte kurz okay Sekunde 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 ich bin gleich ich bin gleich soweit jetzt fuck okay also Jan ist sicher jetzt auch soweit besser würde ich sagen alter ohne Spaß jetzt ich muss hier mein Gerücht abbauen also ja okay bitte also dann sehen wir uns hier das nächste fick dich alter geh weg nein warte warte wo ist Juli hin hier ja Gott können wir jetzt beenden oder können wir nicht beenden ja komm mal wirklich ja mach ja 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 okay dann schon wieder gestorben dann bis zum Trissi nein wo seid ihr denn nein nicht nicht ihr habt 30 level oh ups ich hatte ja auch 29 und bild gestorben lass es jetzt lass es jetzt du willst mir sagen sein dass du dort bist und dann hätte ich auch gehört ja es hat geleckt und dann war ich auf einmal tot ja wie kommt ihr da hoch wie kommt ihr da und da lol ach komm nein ja komm hör mal auf sag dann einfach wenn ihr fertig seid dann kann ich ja auch ich bin fertig ich lasse ja wir sind fertig warte nein ich muss vorher noch ich muss vorher noch ja jetzt du kleiner Spaß warum kommt jetzt Trissinum auf den Server weil ich was machen muss ich lock mich jetzt in der Luft aus ich spring jetzt runter und lock mich dann aus ok mach das äh dann auf dich ein ich will wissen ob man da stirbt ich auch ok von wo soll die springen neen nicht ha hat noch nicht oh man war zu früh jetzt muss ich nochmal hoch ja komm nochmal hoch ja komm ja ah fuck ich bin zu dumm hier hoch zu gehen ok jetzt gleich ok so jetzt ok ja alles klar ok ok jetzt lock dich wieder ein oh je ok ich falle ins Wasser wahrscheinlich und ja scheiße Leute bist du wieder geläftet ja ich ja ich wollte nochmal raus ah jetzt oh mein Gott wieso schlagt die euch lass es doch nicht da runterfallen lol ich hatte Zeug dabei toll mein Zeug liegt da jetzt rum ach das war deins ja ey sammle nicht mein Zeug ein nein ich hab gleich gesammelt aber ich hatte 30 Level jetzt hatte ich nur jetzt hab ich gar keins mehr ach egal scheiß drauf also tschüss können wir es beenden ja gut dann bis zum nächsten Mal nein ich halte jetzt nicht schon wieder wegen dir ich muss aber irgendwie sterben damit ich wieder hochkomme oh man das sehen wir dann in der nächsten Folge wieder was nächste Folge ja es gibt ne nächste Folge ja sowas aber auch gell oh 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 alter jetzt mach da ist noch ein Zombie ja schlag den Zombie noch komm du musst ihn halt humanos jetzt das hast du fünf Minuten schon gesagt jetzt mach jetzt bin ich nämlich wieder da ja gut und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao